Guck mal, dieser kleine Punkt hier vorne, das ist der gefährlichste Tier von ganz Deutschland, also nach dem Menschen. Genau, das ist eine Zecke und die hat mich gebissen, die saugt an mir rum und deswegen muss die unbedingt so schnell wie möglich entfernt werden. Und zwar nicht drehen, sondern ziehen, weil wenn man dreht, dann dreht man den Kopf ab, aber wenn man zieht, dann dreht man alles ab, dann hat man auch alles ab. Genau, die Zecke ist hier dran, die sieht man nicht, die ist voll klein, aber genau, ich habe die Zecke erfolgreich entfernt. Guck mal, hier vorne ist noch eine Zecke, die muss weg und hier vorne habe ich auch eine Zecke. Zecken sind voll scheiße, ich mag die nicht, die muss auch weg. Ich bin sehr gespannt darauf, wann ich Borrelose und FMSE oder wie diese Kopfkrankheit heißt, hier abspritzen tue über meine Augen und so, damit ich andere Menschen verseuchen kann damit. Ich freue mich nicht drauf, aber das wird alles dokumentiert. Aber ich bin eine richtige Content-Kreatur und ich muss für euch so viel Content wie möglich liefern. Das ist ganz wichtig.